hey leute und herzlich willkommen zu der zweiten aufnahme von dem dritten teil von the prince of the two thrones und dieses mal wieder mit der gast kommentatorin ja gut was ihr jetzt nicht wisst was ihr wahrscheinlich gerade erst erfahrt und auch vorher nicht denken konnte wir sind zu hause wissen was er sagt die kappe halten das da steht die ganze zeit so und wir er dreht sich um ja nein bist du dir sicher wir reden mit dir hallo oh mein gott wie konnte es nur passieren wie konnte ich vergessen dass ein brennender feuerball wehtun kann oh mein gott ja ich habe den controller gerade in der hand ich würde mal sagen roxy willst du die kekse noch aufessen ja okay dann bist du erst die kekse auf und wenn roxy die kekse auf gegessen hat dann spielt sie mal weiter von ihr ist übrigens auch das spiel ich habe sie am ersten teil schon erwähnt sie war so lieb es mir auszuleihen und deswegen finde ich es ist mindestens das ist das mindeste dass sie auch mal spielen der schließt mit pfeilen auf mich der uhr entschuldigung ich will keine beleidigung stirbt doch da da scheiße auch kommt schon stirbt doch einfach geht doch man sind gleich tot da ist einer ich komme ja wirklich da ist einer oh ja der wartet jetzt hier ist keiner mehr wir sind weg das hat er nicht gehört im kopf in your head das ist das eine vase ein stuhl noch eine vase und noch eine vase und eine wand 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 ich glaube wir sind sogar richtig ja doch ich wollte eigentlich sagen ja ach nee aber er ist ja nee doch was geworden ja ach nee was 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 da stimmt irgendwas von kadroat kadroat genau kadroat 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 achso stimmt ja ja da war was nice vasen vasen über vasen ja und die wand oh nice ja ok es hängt achso ja ok es hängt nie doch ja das reicht schon immer so ist das ah warte oh shit was denn achso ok doch ich wusste es weil eigentlich kommt das später wenn man den sand der zeit hat ja oh mein gott ich dachte jetzt kommt das ding runter und du dazwischen schade so ich würde mal sagen ab hier spielt sandra ist doch total egal ist nicht egal das habe ich schon so oft gemacht mit so vielen leuten wir können keine türen öffnen wir können keine türen öffnen leute mit der 1 ist das an der wand laufen ich weiß ok ok hallo hast du mich bemerkt guck mal kreis ne nicht kreis nicht kreis doch er hat mich bemerkt ich würde mal was rum wo bist du denn spasti ah ich hab er lebt noch ich messer dich zur tone junge ah du legst wie kann man das weg kann man messer aufheben krass krass ja du legst die geilsten moves an den tag weißt du das ja klar ich renne gegen die wand ich schlage gegen die wand ja vor allem was ja bring die wasen um stehle Mr. Chair we want to kill the chairs ja in this game the chairs are not our friends they are our enemies because we all know that if you try to sit and to take place on them they try to kill us they kill us off wohohohohoho why did you do that i like this this bottle was heißt das auf englisch weis nein oh ich bin im kreis gerannt im kreis laufen ist so produktiv what is going on wieso komme ich jetzt wieder nicht hoch warum muss ich denn lang eine hand wuhu wuhu äh ja geh mal da die das hier die säule hoch und dann gegen das stück da oben gegen das stück stock hoch genau schön da hoch ram und jetzt springen darüber er kann das oh er kann es ja er hat einen ziehen lassen das kann er auch mhm klar junger warum bist du so angespannt achso deswegen bist du so angespannt okay lauf einfach drauf zu und töte ihn du bist so gut da drin töte sie töte ja mach ihn fertig und mit x zusammen mit x ja ah ich hab sie nicht erwischt in den kursch der darf sich nicht mit dem fall treffen sonst sterben wir das ist so genial gebasht den bogen können wir leider nicht mitnehmen das habe ich im ersten Tag probiert und warte und warte warte rechts würde ich mal unsere Hand ja ach scheiße du weißt einfach über die Brüstung das schafft der ja ich weiß der schafft ja alles einfach gerade laufen auch das Ding so mhm aha zack die Kameraperspektive endet sich ohne dass man es will oh wie mach ich die Scheiße und wenn es leuchtet nur Quadrat oh verdammt die ist egal ich mach ihn mit meinen Hoops es wird fucking knapp jetzt nooooooo it's fucking knapp it's fucking death so we died another time it's the fucking fourth death in this game the fourth the fourth the fourth I'm writing I'm writing fourth with three t's okay and four h's because I lied so an die Wand entlang an die Wand an die Wand x x x x x du sollst an der Wand entlang nicht die Wand oh jetzt kriege ich eine am Rad an die Wand entlang boah ist das hier geil eingerichtet und hier kann man geil sterben oh mein so Junge jetzt mach hier nicht so ein Appenteater sonst gibt es Ärger er hat mich sowieso bemerkt x x woah scheiße meine R1 zum abwehren okay da hätte ich dir eben vielleicht sagen sollen jetzt genau mit x zusammen dann ja und von der Wand abdrücken komm schon komm schon aaaah yeah yeah man stylisch dreimal Kreis und noch mal Yeah die Säule ich wollte nachgucken was war's auf Englisch heißt was war's auf Englisch heißt? ja ich weiß nicht was war's auf Englisch heißt also schau ich nach was war's auf Englisch heißt oder weißt du was war's auf Englisch heißt? oder Wayne? Wayne? Entschuldigung Wayne We're Wayne 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 Es ist Wayne Train oder was? The Wayne Train was er heißt? was 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 er heißt? was und zwar genau was ich liebe den Google Übersetzer er kann's einfach nicht oh ja aber er ist erst schön ah nee doch nicht irgendwo Dreieck genau sehr schön Kumbus war immer schon das Einfachste von mir Kumbus sind Basen 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 hast du diesen Sprung gesehen? ja wie er in der Luft versucht hat zu kacken ich liebe das ehrlich das sieht so beschissen aus ja lach mich ich glaub's da durch oh hallo ach da oben oh da hab ich gar nicht gesehen sieht man den hier? ja man sieht ihn hallo ich weiß oh sonst solltest du das lieber nicht tun und ich dreh mich auf meinem Stuhl ja 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 du hast dich bewertet oh du hast dich zu viel gedreht oh ja in die andere Richtung einmal die andere Richtung ja eine wird die andere Richtung eine wird die andere Richtung oh mein Gott hallo ihr Spastis wie sagt das oh hallo 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 na ja du weißt wie das geht ich sag nichts warum du Spastis Quadrat hau ihn rein ja vageine oh ne 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 cool er hat's überlebt ich dachte es auch ja schwert wechseln ja danke schön vor allem finde ich das mann finde das cool wenn er die Sache aufhielt er tritt einmal dagegen und dann hat sie in der Hand Weißt du, wie leicht das aufräumen wäre, wenn wir das könnten? Ja, klar. Nein, nein. Falsch. Hallo. Da war noch einer. Ja, ja, aber an die kommst du nicht ran. In welche Richtung du willst? Links. Genau, und jetzt kannst du rüber. Schafft er. Was? Ah, jetzt kannst du da. Was? Was? Boah. Boah, ich grinst, du bist so langsam. Ohne nichts. Wir brauchen einen Endboss, verdammt nochmal. Das ist schon der dritte Part. Oh, nice. Nein. Er hat mich nicht runtergeschmissen. Er hat's nicht hingekommen. Bam, 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 bam. Ah. Asi. Weißt du, der bekommt einen Pfeil in den Schädel geschossen. Und das Einzige, was ihm einfällt, der... Ah. Weißt du, wie ich da rumbrille, oder? Ja. Nimmst du noch, du Asi? Nimmst du noch oder wirst du schon? So. Ähm, 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 ähm... Andere Seite... Ah, ne, da genau, die Wand. Ja, kann alles. Erholung von der Reise finden. Oder mit Vater reden. Stattdessen muss ich mich verstecken. Und wie ein gemeiner Dieb umherschleichen. Gejagt in meiner eigenen Stadt. Das wäre alles nicht passiert, wenn du nicht so lange fortgewiesen wärst, Prinz Dastar. Du kannst einmal rumgehen, glaube ich. Oder du springst rüber. Kann der auch. Ja. Drück mal L2. Aha. Nochmal. Und weiter geht's. Na, schade. Na! Na! Fehlt leider nicht. Verdammt. Ich hätte mich gerne von hinten angeschlichen. Oh ja. Wie so ein Feig, ey. Glaube ich dir gerne. Das ist lieber... Ich sag nichts. Das zerschlagen würde die... Die waren aber mir. Ja. Also, was machen wir? Wir... Wir springen einfach mit dieser Rolle in der Mitte zwischendurch und killen sie. Verdammt, das geht nicht. Du musst irgendwas kaputt machen. Wieso? Nein, nein, nein. Geh mal auf den Tisch und versuch mal jetzt über die Wand zu laufen. Da oben ist was. Aha. Nee, dadurch mache ich mich nicht auffällig. Jetzt rüber und dann von der Wand ab mit X. Genau. Ja. Wow. Nice. Nice. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Einmal kurz kacken und weiter. Hoch. Wenn du oben bist, dann sieht er dich nicht. Ja. Da ist ja einfach... Der guckt nicht hoch. Die haben eine Nackensperre. Die haben eine Nackensperre? Ja. Glaubst du mir. Oh, da kannst du hinspringen. Da hält er sich fest. Stimmt. Bisschen runter mit dem linken. Genau. Drehen. Nach links mit dem linken. Oh, jetzt geht's. Genau. Da war noch ein zweiter, ne? Ja, der ist irgendwo dahin. Irgendwo dahin. Da lag Patrouille. Wasen! Wasen! Lass dich ganz. Ja, die habe ich eigentlich auch immer. Da steht der schon dahin? Ja. Ja, der steht da. Versuch mal hier links an der Wand. Ist da auch so? Oh ja. Laufen. Nice. Oh, 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 oh. Hi. Hallo. Hallo. Hey. Ich bin echt da allein. Niemand da. Niemand da. The Prince you've called is temporarily not available. Der macht dir Dicke. Geil, der ist am Shufflen. Everyday Shufflen. Was macht der denn hier für eine Scheiße? Ich fand da aus. Geh hoch, ich hab ne Idee. Jetzt dreh dich mal nach rechts. Also genau, auch mit der Kamera. Geht das? Genau. Und da hinten sind nämlich diese Dinger, wo du mit den Deutschen rein kannst. Wenn du springst, haust du es einfach da rein. Genau. Und jetzt dann links rüber, beim First Try bitte. Ja, sehr schön. Und wieder zurück. Also, genau. Verdammt, der hat mich gesehen. Ist egal, chill noch was da unten. Mal gucken, wie der sich verhält. Genau, häng was rum. Genau, häng was rum. Was abhängen. Er will ja ja hängen. Ich spring mal gerade aus, vielleicht sieht der Dichter nicht mehr. Ja. Dreht sich einfach so. Scheiß drauf. Ja. Gib's ihm. Mach ihn fertig. Ja. Sehr schön. Ähm. Ja, das stört was aber noch ganz. Aber egal. Äh, ich würde mal nach rechts gehen. So. Genau. Ja. Verlangt. Ich weiß, wo eigentlich ein Endboss kommt, aber da ist doch was noch ein Stückchen. Na. Na. Ja. Ja. Das ist schön. Da muss man so viel, so ein Parcours mäßig irgendwas drauf fahren in diesem Spiel. Ja. Ich mag das. Mit CR. Oh, hello! No! Wird du erst geprüft sind? Was? Lärmt die denn da rum? Uuuuuh! Sie ist der Grund, warum wir die Stadt nicht mehr so haben, wie sie früher mal war. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Der Endkampf ist scheiße. Ja. Er hat sogar mein Verbändchen bekommen. Oh oh. Ja. Das sag ich mal. Dazu kann man wirklich dann sagen, uh oh. Oh. Sehr gute Idee. Und hoch da hoch da hoch da. Ich hab Angst. Okay. Speicherplatz. Yay. Und wisst ihr was? Wir haben sogar noch unter 20 Minuten R1. Oh! Ich hab wieder das Messer weggeschwitzt. Nein! Ja doch! Ah! R1. R1. Oh oh! Süffelwasser! Genau! Soll ich hier von dir in diesem Mal an dieser Stelle weitererzählen? Ich bin ja an dieser Stelle weitererzählen. Der Balkon des Palastes. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Ja, ist ja gut, dass ich dich drauf angewiesen habe. Haha. So Leute! Ja. Ähm. Äh. Äh. Ach. 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 Penis. Ach. Ach.